Freitagabend, der Öffnungsspiel mit 1 zu 0 nach Hause zu fahren, geht nicht besser. Von daher sind wir sehr zufrieden, gegen starken Gegner einfach gewonnen zu haben. Wir haben uns natürlich auch alles anders vorgestellt, aber man hat ein bisschen gemerkt, dass bei uns die ganzen Abläufe mit vielen Neunzüchern in der Startelf natürlich noch nicht zu 100% reißen, was natürlich auch logisch ist und selbstverständlich. Die Erkenntnisse sind, dass wir von der Spielanlage deutlich weiter sind in der letzten Saison, dass wir natürlich mehr Tiefe anspielen müssen und weiter zusammenwachsen müssen, das ist ganz klar. Moment! Jetzt vom ersten Spieltag lassen wir uns mal nichts ermutigen, weil da kommt noch 37. Ich brauche ein Bier! Ich brauche ein Bier! Ich brauche ein Bier! Musik Musik Musik